V-Rising ist ein Open-World-Survival-Crafting-Base-Building-RPG, was ihr im Single oder auch im Multiplayer, im PvE oder PvP spielen könnt, wo ihr eure eigenen Server haben könnt und ist am 8. Mai in der Version 1.0 auf Steam erschienen. Ihr könnt das Ganze entweder mit dem PC oder auch mit einem Controller spielen, wobei die Controller-Unterstützung für Playstation und Xbox wohl nur teilweise gegeben ist, laut Steam. Ich habe hier auf einem PC gespielt, ganz normal mit Keyboard und Maus. Als echter Vampir musst du natürlich regelmäßig Blut saugen. Das bietet dir allerdings auch Vorteile. Du bekommst durch diese Blutnahrung, je nachdem welches Blut du saugst, von welcher Kreatur, entsprechend unterschiedliche Buffs. Und du kannst dich zum Beispiel in andere Kreaturen verwandeln. Du kannst dich in eine Ratte verwandeln, in einen Bär und später kommen dann auch noch andere Kreaturen hinzu. Entsprechend der Vampirgeschichten, wie wir sie kennen, hast du wenig Widerstand gegen Sonne, Knoblauch, Silber oder ähnliches, was klassischerweise uns Vampiren schadet. Und natürlich schläfst du in einem Sarg. Das hilft auch manchmal, um seine Gesundheit zu regenerieren. Der Kampf ist tatsächlich herausfordernd. Spannend ist er aber auch und jeder Boss ist ein bisschen anders. Das verändert sich auch, je nachdem, welche Variante du wählst. Das heißt, im PvP oder PvE oder auch als Single hast du ganz einfach ganz unterschiedliche, sage ich mal, Kämpfe vor dir mit diesen verschiedenen Kreaturen. Ich möchte dir heute hier einen Überblick über die Hintergrundstory und auch den Handlungsablauf in diesem Spiel geben. Früher haben die Vampire diese Welt beherrscht, aber natürlich haben die Menschen sich dagegen aufgelehnt. Irgendwann haben die Menschen dann die Vampire besiegt und die Vampire sind in einen sehr, sehr, sehr langen Schlaf gefallen in ihren Särgen. Und die Menschen haben diese Welt hier für sich erobert. Aber irgendwann wachst du halt aus deinem Sarg aus. Naja, typischerweise, wie es in diesen Games eben ist, bist du fast nackt, bist sehr hungrig, musst dir mithilfe der ersten Skelette, die du besiegst, deine ersten Waffen und Rüstungen craften. Und kannst so dann in diese Welt starten, indem du dann auch die ersten Kreaturen jagst und deinen Blutdurst stillst. Du kannst Blut von unterschiedlichen Kreaturen trinken, natürlich von den Menschen hier oder eben auch von Tieren. Bei den Menschen, deren Blut du trinkst, gibt es auch Unterschiede, ob du jetzt einen Krieger trinkst, einen Barbaren, ob du Blut eines Gelehrten trinkst. Das alles wirkt sich letztlich auf die Buffs, die du bekommst, aus. Ich habe jetzt hier Blut eines Kriegers getrunken, der eine Blutqualität von 80 hat. Das Beste, was man bekommen kann, ist eine Blutqualität von 100%. Das wirkt sich wiederum darauf aus, wie schnell dich dieses Blut im Kampf heilen kann. Je nachdem, welche Blutgruppe du getrunken hast, hast du hier unterschiedliche Buffs zur Verfügung. Und das Beste wäre eben die 100% sozusagen Blutgruppe, sodass du alle Buffs bekommst. Wenn du im Game startest, dann kommst du hier oder hier raus. Es ist eigentlich egal, welches dieser beiden Portale du wählst. Du bist erstmal hier in dem Farbane Wald. Da hast du auch genug zu tun. Also das ist sozusagen das erste Level, wenn du so willst, beziehungsweise der erste Akt, der hier in diesem Gebiet stattfindet. Und du wirst relativ schnell aufgefordert, dass du dir eine Base baust. Was man hier jetzt schon ganz schön sehen kann, also es gibt hier verschiedenste Banditen-Camps. Es gibt eine Kupfermine. Es gibt Friedhöfe. Und hier gibt es diese Spots, wo jetzt nichts erscheint, wenn ich da mit dem Cursor drüber gehe. Hier zum Beispiel. Hier oder hier. Da kannst du dann deine Base bauen. Da gibt es ganz unterschiedliche Spots, teilweise auch zum Beispiel hier. Das sind mehrere, die sozusagen nebeneinander liegen, was sehr günstig sein kann für PvP oder wenn du mit Freunden spielen willst. Im Grunde genommen ist es egal, in welchen dieser Spot du baust. Wenn du natürlich im PvP bist, dann musst du gucken, welche dieser Spots überhaupt noch frei sind. Ja, und ob sie gut zu verteidigen sind oder nicht. Im Laufe des Spiels deckst du dann entsprechend diese Karte auf. Du startest dein Schloss, indem du ein Schlossherz baust, das du dann mit Blut füttern musst. Keine Angst, du kannst später deine komplette Base sehr, sehr, sehr einfach umziehen an einen anderen Ort, falls dieser aus irgendeinem Grund nicht passt oder du mehr in die Mitte der Karte wandern möchtest. Und grundsätzlich ist es so, dass auch die Menge der Schlösser, die du bauen kannst, abhängig von Einstellungen auf dem Server ist. Also ich gehe jetzt hier immer von den Standardeinstellungen natürlich aus. Wenn du deine ersten Waffen und Rüstungen gebaut hast, dann machst du dich ganz sicher auf den Weg, die Welt zu erkunden. Und du begegnest unterwegs Banditen, du begegnest unterschiedlichen Tieren oder auch anderen Kreaturen, die dich natürlich dann unterwegs auch angreifen werden. Und wenn du dann halbwegs gut aufgestellt bist mit deiner Rüstung und deinen ersten Waffen, dann wirst du sicherlich auch schon hier den ersten Boss suchen. Und der erste Boss wird hier aktiviert. Wir befinden uns hier in Akt 1 und es gibt insgesamt vier Akte und man sieht das hier sehr schön. Im Grunde genommen ist das Spiel linear aufgebaut. Abhängig davon, welche Ausrüstung du hast, macht es Sinn, so einen Boss anzugreifen oder eben auch nicht. Beziehungsweise das Risiko, wenn du einen Boss angreifst, der weit über dir liegt, ist natürlich sehr hoch, dass du das nicht überleben wirst. Je nachdem, welchen Boss du ausgewählt hast, wirst du entsprechend Belohnungen bekommen. Und es gibt jetzt Bosse, die solltest du unbedingt machen. Im Grunde genommen die ersten brauchst du auf jeden Fall, weil diese Bosse geben dir unterschiedlichste Werkbänke und Materialien und Zaubersprüche, die du von ihnen lernen kannst, wenn du sie besiegt hast. Gerade am Anfang all diese Werkbänke und so weiter, die brauchst du natürlich auf jeden Fall. Später kommen dann Bosse hinzu, die, sag ich mal, nicht so relevant sind für dich im Spiel. Zum Beispiel all das, was du von Beatrice, der Schneiderin, bekommst, kannst du im Grunde genommen auch finden. Also diese Materialien hier, das heißt, theoretisch brauchst du nicht sofort den Webstuhl, aber es macht trotzdem Sinn, sich hier an diese Struktur zu halten, weil du kommst sonst relativ schnell mal an einen Punkt, wo du merkst, dass du nicht weiterkommst oder dass du nicht stark genug bist. Dadurch, dass du dich eben linear hier mit diesen Bossen durch das Spiel bewegst, lernst du natürlich immer mehr bessere Rüstung, bessere Waffen, bessere Zaubersprüche und bekommst eben, wenn du diese Bosse bekämpft hast und gewonnen hast, gute Belohnungen. Das Ganze endet dann im sogenannten Akt 4 mit der Bekämpfung des Grafen Dracula auf der höchsten Stufe, Stufe 90. Und es sind, ich glaube, 57 oder so Bosse, die du auf dem Weg zu Dracula besiegen musst. Im Grunde kann man sagen, dass du für jeden Boss eine etwas andere Taktik dir überlegen musst. Du weißt also nie so genau, was auf dich zukommt, wenn du das erste Mal mit einem Boss kämpfst. Und es kann sein, dass du andere Waffen einsetzen musst oder andere Zauber benötigst, um den jeweiligen Boss zu besiegen. Das ist, finde ich, schon das Besondere. Du kannst jetzt nicht sagen, oh, ich liebe mein Schwert und ich mache alles mit dem Schwert. Vielleicht brauchst du den Speer dafür, vielleicht musst du verschiedene andere Zaubersprüche ausprobieren. Das ist immer ganz abhängig davon, mit welchem Boss du gerade kämpfst. Das macht das Ganze natürlich so spannend, weil jeder Kampf anders ist. Du weißt einfach nicht vorher, was da auf dich zukommen wird und was du brauchst. Ich bin beim ersten Durchlauf wirklich oft gestorben, weil ich einfach nicht wusste, wie diese ganze Abfolge funktioniert. Dass ich bestimmte Bosse lieber nicht mache, bevor ich nicht ein bestimmtes Level mit meiner Rüstung, mit meinen Waffen erreicht habe und so weiter. Du hast allerdings auch die Möglichkeit, alles Mögliche im Spiel auf dich individuell anzupassen. Du kannst den Schwierigkeitsgrad ändern. Du kannst zum Beispiel die Menge der Materialien, die du erntest oder wie schnell du etwas herstellst und so weiter. Das kann alles angepasst werden. Das ist natürlich sowieso möglich im Singleplayer, aber eben auch auf den verschiedenen Servern, die es gibt. Gibt es unterschiedliche Einstellungen. Das muss man sich dann einfach angucken, welche Einstellungen der jeweilige Server hat und ob sie einem gefallen, wenn es jetzt um PvE oder PvP geht. Ich habe das Spiel als sehr herausfordernd, aber auch als spannend erlebt. Es hat mir bisher sehr viel Spaß gemacht und es hat so einen Ich-will-mehr-Faktor bei mir auf jeden Fall. Es macht sehr viel Spaß und es vereint so ein bisschen verschiedene Stile von Spielen, finde ich. Einerseits eben dieses klassische Survival-Game-Feeling, aber kombiniert mit ganz anderen Kampftechniken. Und der Kampf macht tatsächlich natürlich sehr viel aus in diesem Spiel. Lohnt sich das Spiel? Ich finde ja. Bei Lohnen, das kostet glaube ich im Standard 34 Euro im Steam-Shop. Es gibt aber auch noch aktuell sogar einen Rabatt. Was du nicht brauchst, sind die DLCs, weil das ist rein Kosmetik. Also, wenn du sagst, das Spiel gefällt dir, die Basis-Variante zu kaufen, wäre durchaus eine Option. Die Zusätze sind einfach nur irgendwelches Design-Elemente. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut. Ciao. Ciao.